Geier Starkstromtechnik – Blindstromkompensation Wirkstrom, der in Licht, Wärme oder Bewegung umgewandelt wird, kommt aus einem Kraftwerk. Von dort aus gelangt er über Freileitungen und über Transformatoren zu dem Endverbraucher. Viele elektrische Geräte, wie zum Beispiel Wechsel- und Drehstrommotoren, brauchen außerdem Wirkstrom zusätzlich den sogenannten Blindstrom. Der Wirkstrom wird in mechanische Leistung umgesetzt. Der Blindstrom wird benötigt, um Magnetfelder auf- und abzubauen. Er pendelt zwischen Generator und Last periodisch hin und her. Bei Industriekunden wird nicht nur der Wirkstrom gezählt, sondern auch der Blindstrom. Das wird teuer. Wenn ein bestimmtes Maß überschritten wird, stellen die Energieversorgungsunternehmen Blindenergiekosten in Rechnung. Das wirkt sich nicht nur negativ auf den Geldbeutel der Firma aus, sondern auch auf die Umwelt. Mit einer Blindstromkompensationsanlage von Geier Stark Stromtechnik gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Durch die Kompensation des Blindstroms werden Kosten eingespart und die Umwelt geschont. Rufen Sie unsere Fachleute an. Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot über eine neue Anlage oder den Service an einer bestehenden Anlage. Wir sind im ganzen Bundesgebiet tätig.